Da ist sie wieder, die Katrin, also das bin ich und du bist hier genau richtig. Wenn du wissen willst, wie einfach und schnell du putzen kannst mit den Produkten von Jamako, dafür gibt es hier die Putzshow und damit... Hello und einen wunderschönen guten Abend. Ich bin ein bisschen nervös, ich hatte heute so eine Eingebung. Es hat auch nicht länger als 10 Minuten gedauert, das Ganze niederzuschreiben. Aber ich bin einer Leidenschaft nachgegangen, die ich schon sehr, sehr lange pflege, nämlich Liedtexte umschreiben. Und dazu wird es heute eine musikalische Premiere geben. Darf ich sagen, was du eben gesagt hast, Dirk? Boah, ist das peinlich, mit dir manchmal verheiratet zu sein. Ja, dem ist so, aber ich freue mich drauf. Liebe Gabi, schön, dass du schon da bist. Dich sehen wir gleich auch auf dem Bild, denn du warst ja Gast mit mir und der Anne zusammen. Und noch, wie waren wir eigentlich? 30? Weiß ich gar nicht. Wie waren wir denn? Am Samstag, Abfahrt, 7 Uhr morgens. Boah, war viel zu früh. Betriebsbesichtigung in Rede, das wird ein Thema sein. Ich habe schöne Vorher-Nachher-Fotos, wie ihr jetzt schöne Windlichter sauber bekommt. Und wir reden hier über, bei mir waren es die Fugen im Bad. Darüber reden wir. Das ist so ein Thema, schiebe ich sehr gerne vor mir her. Sehr, sehr lange. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, nächste Woche ist die letzte Sendung, die letzte Putzshow in diesem Jahr. Und es wird die Krönung sein. Richtig, der Kronleuchter ist endlich dran. Auch das schiebe ich schon sehr lange vor mir her. Ja, fangen wir an mit den Fotos der Woche. So soll ich schon singen? Ne, wir singen später, ne? Aber es sind kaum Leute da, ne? Wundert mich. Müsst mal, also, naja, dann wird es nicht ganz so peinlich. Erstes Foto, und zwar von der Nina. Nina ist meine liebe Nachbarin, Camping-Nachbarin, die wir im Camping-Urlaub kennengelernt haben. Und am zweiten Urlaub, ich brauche auch mal sowas, Katrin. Wir haben nur telefoniert, dafür wohnen wir zu weit auseinander. Und danach hat sie mir dieses Foto geschickt. Und sie hat genau das draufgeschrieben, was ich ihr am Telefon gesagt habe, für was welcher Reiniger ist. Gut, Sanitärreiniger ist fürs Bad. Das ist eigentlich schnalligend. Aber schön war zum Beispiel die Frage, ich habe eine Treppe, Laminat, was nehme ich die Bodenpflege. Guck mal, hat sie. Und ich etikettiere ja auch alles. Alles. Weil mir ist alles etikettiert. Liebe ich. Also so kann es aussehen, um es dir einfacher zu machen. Eingriff in den Schrank. Schöne Idee. Vielen Dank, Nina, für das Foto. Nächstes. Mir ist ein bisschen kalt heute. Die Lampen hätte ich mal früher anmachen müssen. Das Foto ist ein Kinderteppich. Also ein Teppich aus dem Kinderzimmer. Und du siehst da so braune Pünktchen drauf. Ich freue mich über das Nachherfoto, liebe Christine. Sie kann es aber noch nicht sauber machen, weil die Ware noch gar nicht da ist. Dazu kommen wir gleich noch. Ja, wir warten. Wir warten. Aber das wird sauber gemacht mit dem Polster-Set, was ja aktuell auch in der Aktion ist. Polster geht auch für Teppich, geht auch für Innenverkleidungen, fürs Auto. Da sagt jetzt eine Kundin, nee, wir haben alles aus Leder. Da sage ich, aber der Kofferraum ganz sicherlich nicht. Es sei denn, ihr seid so dekadent, dass sogar der Kofferraum aus Leder ist. Aber selbst da würde der Reiniger passen, nicht allerdings die Faser. Vielen lieben Dank an Christine. Und jetzt kommt der Michael. Ist das eigentlich deiner, Michael? Ist er da? Weiß ich gar nicht. Das würde mich mal interessieren. Also das ist ein Elektro. Ich gucke noch mal genau die Bezeichnung nach, damit ich hier nichts Falsches sage. Das ist ein Elektrokamin. Ja. Und jetzt guckst du mal, also das ist dunkel. Das ist das Vorherfoto von dem Kamin. Achte mal auf die Scheiben. Da sieht man jetzt, wie sich die Treppenstufen spiegeln, was sie vorher nicht getan haben. Und er schrieb so, war ein bisschen besorgt, ob man das richtig sehen kann. Aber krass, da sieht man ja die Scheiben, also die Stufen, wie sie das spiegeln. Sehr schön. Und dann oben drauf, wir haben weitergemacht mit dieser Vase, die auch. Und zwar, jetzt kommt es, links außen und mit rechts innen gereinigt. Links, also von außen mit dem Profituch. Machen wir das Nachher-Bild. Tada. Und innen mit dem grünen Handschuh. Und, was man auf dem Foto nicht mehr, ach nee, das war, ach, das habe ich dir vergessen. Hat er noch Sprudel-Butler benutzt und den Kraftreiniger. Ja, da sieht man es ja. Aber der Kraftreiniger war auf dem anderen Foto. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr schöne Fotos. Vorher, nachher, von Michael. Gucke mal, die Männer. Wir haben ja nicht so viele im Chat, ne? Sind ja immer nur so die zwei, drei und manchmal der Quentin. Noch ein Foto? Ja, da ist sie, die Gabi. Smiley. Genau, das ist die Eingangstür, so voll der Selfie-Point, wenn man halt bei Jamako ist. Ich glaube, Pascal hat es sich so fotografieren lassen. Pascal, wenn du das siehst, da ist das Beweisfoto Nummer eins. Und wir haben noch die Anne Nummer zwei. Beides liebe Stammkundin von mir. Und Anne habe ich an dem Tag das erste Mal live überhaupt gesehen. Bisher nur telefoniert und geschrieben. Wie lange ist das eigentlich schon? Zwei Jahre? Drei Jahre? Ja, total cool. Und jetzt endlich geschafft. Und sie wohnt in der Nähe. Also es war toll. Weil wenn du da vor Ort bist, dann brauchst du nämlich Sicherheitsschuhe. Und zwar so Kappen drauf. Und dann ging es in die Produktion. Davon gibt es keine Fotos, selbstverständlich. Das ist Betriebsgeheimnis. Aber wir haben schon die Teile der neuen Aktion gesehen. Also das wissen die beiden jetzt schon. Und die anderen. Und im Anschluss gab es dann noch, nachdem wir was gegessen haben, auch noch eine Information, was macht eigentlich unseren Job so besonders. Und da hatte ich auch ein Part. Und danke, Anne, dass du da die Kamera drauf gehalten hast. Ich habe mich dann schnell in Pose gestellt. Weil viele, die da saßen, lustig, die kannten bisher meine Stimme, aber noch mich nicht. Also wusste ich, okay, ihr habt meine Videos schon gesehen. Aber jetzt wisst ihr auch, wie ich drauf bin. Und dann ging es halt darum, also, weiß ich gar nicht, eine Stunde mit der Kollegin, mit der Claudia. Das war sehr, sehr schön. Und, weil das so schön war, ruft das nach Wiederholung. Bitte notieren. Am 11. Januar. Das ist ein Donnerstag. Wir gehen mal auf die andere Kamera. Komm, wir wechseln mal. Am 11. Januar. An einem Donnerstag. Und auch ich werde da hinfahren, auch wenn ich abends Putschshow habe. Das schaffen wir. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir um 21 Uhr zu Hause sind. Es geht auch um 10 Uhr. Ja, da geht es eine Stunde später los. Von 10 bis 16 Uhr. Aber ab 15 Uhr kann man auch schon wieder abreisen. Und ich empfehle dir, wenn du Fan bist von Jomako, guck dir das bitte einmal an. Du bist herzlich eingeladen. Schreib mir in die Kommentare. Schreib mich persönlich an. Gerne auch über die WhatsApp-Nummer. Und dann machte Dirk so. Ja, ich war noch nicht so weit. Da. Über WhatsApp. Und dann, Mamas Auto voll oder du kommst wie die Anne direkt dahin. Und dann haben wir einen schönen Tag zusammen. Mich mal live erleben. Muss man mal erlebt haben. Nicht, wenn ich gleich gesungen habe. Puh. Sind wir jetzt so weit? Wir sind jetzt da, ne? Ne? Noch nicht? Jetzt kommt Tafel 11. Tafel 11 ist Winterpause. Ganz genau. Ab nächste Woche. Ich hatte mir extra vorgenommen im Dezember. Mach's ein bisschen langsamer. Bisschen weniger. Und das wirst du mitbekommen, wenn du mir auf Instagram oder auf WhatsApp im Status folgst. Das ist ein bisschen weniger geworden. Aber dafür sieht's ja zu Hause bei mir super aus. Weil ich den ganzen Tag am Brasseln bin. Ich bin ja auch so eine Ausmist-Sortiertante. Kennt einer der Home-Edge? Ich gucke das gerade in der Wiederholung. Habe ich schon mal alles gesehen. Aber ich lasse mich wieder inspirieren. Und ich habe die Dinge geputzt, die ich lange vor mir hergeschoben habe. Unter anderem halt heute siehst du gleich mit mega Nachher-Effekt, wie ich die Badfugen reinige. Aber Winterpause. Kannst du nochmal einblenden? Nochmal einmal. Noch einmal. Ab nächste Woche Dienstag. Also ich werde noch weiter rausschicken, aber ich werde nicht mehr kommentieren. Nicht mehr antworten. Wir gehen dann in die schöne Winterpause. Und dazu, wenn du währenddessen etwas bestellen willst, dazu kommt gleich noch was. Jetzt? Wenn du willst. Also sag mal, Moment. Ich singe ja jetzt nicht, sondern wir lassen das Video abspielen. Setz dich hin, genieße es und höre zu. Alle Jahre wieder warte ich auf DHL, auf meine Pakete, denn ich hab für euch bestellt. Wenn du dieses Jahr noch etwas zum Putzen willst, geb ich dir hier einen Rat, falls du online noch etwas bestellst. Setz bei deiner Bestellung ein Häkchen bei dem Punkt. Belieferung durch Schimacko ist okay für mich, dann läuft die Sache rund. Weißt du Bescheid? Es ist so und das ist jedes Jahr so, deswegen alle Jahre wieder ein Hoch, ein Hut ab vor den Paketzustellern im Moment. Aber auch ich warte seit, ich habe heute ein Paket bekommen, was eigentlich am Dienstag schon da sein wollte. Also von daher, es verschiebt sich, DPD war immer noch nicht da, verschiebt sich alles ungemein nach hinten. Deswegen ein gut gemeinter Rat von mir. Lass es dir direkt von Schimacko aus zuschicken. Trotzdem bin ich ja da. Montag 18.20 Uhr, letzte Möglichkeit zu bestellen. Alles, was danach im Online-Shop reingeht, wird im neuen Jahr versendet. Und ja, die Aktion geht noch etwas. Bis 9.1. Guck mal, da bin ich auch schon wieder da. Deswegen ganz dick im Kalender ankreuzen. Am Montag 20 Uhr. Ich werde das Bild jetzt hier jeden Tag raushauen. Und dann einfach das Häkchen setzen. Oder schreiben, Katrin, verschickt über Schimacko gut ist. Weil dann geht das Paket nicht erst zu mir und dann zu dir, sondern es geht direkt drüber. Es ist dann keine handgeschriebene Karte von mir dabei. Das holen wir dann im neuen Jahr nach. Gut, sehr schön. Das waren die Fotos und der Gesang der Woche. Was? Da kommt Herzchen. Ach ja, Gabi, das ist, was man im Video gesehen hat. Ja, das ist unser Kronenleuchter. Der hat da ein bisschen in der Scheibe. Und es war ganz lustig. Ich habe das Video das zweite Mal gedreht. Erstmal Text vergessen. Dann lief wieder die Kamera. Ging hinter mir automatisch die Roller runter. Muss ich nochmal machen. Ja. Ich habe es hier nochmal, falls ich nochmal. Also. So, das passiert, wenn man mit mir verheiratet ist. Jetzt kommen wir aber zu dem Video. Es gibt schon ein Video in meiner Playlist auf Katrin Beck TV, auf meinem YouTube-Kanal. Zum Thema Fugenreinigen. Das heißt auch, glaube ich, Fugenreinigen. Und es ist zwei Jahre alt, habe ich geguckt. Zwei Jahre. Aber es geht ja jetzt um Natursteinfliesen. Ja, Natursteinfliesen. Boah, es sieht heller aus. Natürlich putze ich regelmäßig bei uns feucht durch. Im Badezimmer haben wir uns aber dafür entschieden, einen sehr rauen Boden zu nehmen. Ist super. Man kommt definitiv nicht ins Rutschen. Ist aber kacke zum Putzen, weil die einfach sehr, der Schmutz sehr schön haftet. Gut, in seltenen Fällen läuft natürlich einer mit Schuhen da durch. Trotzdem wird er nach und nach dunkel. Gerade am Rand, da bleibt überall Staub hängen, was man auf dem Staubsauger so gar nicht wegbekommt. Und ich mache es mir einfach. Ich zeige dir einfach. Und erzähle dir was dazu. Denn wir sind ja im Badezimmer, deswegen nehme ich keinen Eimer. Ich mache das direkt mit der Handbrause nass. Und dann Bodenintensivreiniger drauf. Der ist natürlich in dem Moment verdünnt. Ich habe dann alles schön verteilt. Jetzt erst mal die Hose hochziehen. Und dann ging es an schrubben. Das sieht, ich habe es gekürzt, aber es ging auch wirklich sehr schnell. Wir haben sehr große Fliesen. Dann wieder alles. Und jetzt guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Voll die Suppe. Wir haben natürlich jetzt den Vorteil, dass wir eine bodentiefe Dusche haben. Ich habe das also mit der grünen Faser dann immer wieder schön abgezogen. Zum Schluss natürlich die weiße Bodenfaser. Auch mal das Fenster aufgemacht. War schon eine sehr feuchte Angelegenheit im Badezimmer. Und ja, das Foto habe ich gestern gepostet. Es sieht immer heftig. Das war es. Viel Wasser, Bodenintensivreiniger, ohne den geht es nicht. Der darf bei Natursteinfliesen und Feinsteinfliesen verwendet werden. Wenn du unsicher bist, ob das bei deinem Boden passt, schreib mir. Ja, ich erzähle dir jetzt noch was dazu. Erstmal unseren Bodenwischer. Oh, Dirk war nicht schnell genug. Nicht schlimm, mein Schatz. So. Der ist noch auseinandergebaut, denn es gibt eben neu jetzt die Sachen einzeln zu kaufen. Oder im Set. Das ist das neue Set M. Wir haben jetzt mit 1.12. beginnend eine neue Aktion, also neue Bodensets S, M und L. Ich finde S doof. Wollen wir nicht, weil bei S fehlt immer die weiße. Und das war ja die Umfrage gewesen. Oh, da wollte ich noch was sagen. Die Umfrage war gewesen, putzt du schon mit weiß nach? Über 80% natürlich. Einige so, nö, warum? Warum? Weil wir auch, wenn wir die Fenster putzen, machen wir sie danach trocken. Wenn wir über den Tisch wischen, machen wir danach trocken. Wenn wir Geschirr spülen, machen wir es trocken. Weil ansonsten das Wasser mit dem Restschmutz antrocknet. Das heißt, es sieht zwar schön sauber aus, sowieso wenn er noch nass ist, aber der Rest trocknet an. Und mit der weißen Bodenfaser, so sieht sie neu aus, nimmst du den Restschmutz auf. Das ist baumwollähnig, Luzell. Okay, jetzt machen wir aber noch zusammen. Der kommt übrigens auch auseinandergebaut zu dir, wenn du im Onlineshop bestellst. Ist nämlich ein großes Paket, das verschicke ich immer. Es sei nur wo uns um die Ecke, dann bringe ich ihn dir vorbei. Das ist unser Bodenwischer. Kann ich auf 2,10 Meter ausfahren. Das heißt also auch für große Menschen, außerhalb des Kamerablickfeldes ist er raus. Und die Bodenplatte ist einmal komplett, liegt die schön plan auf. Der Aluminiumstab sorgt dafür, dass er halt hier leicht ist. Aber hier ist halt Gewicht drauf, ich muss nicht mehr drücken. Und das Gewinde geht in alle Richtungen. Es sei denn, ich will nach oben hin arbeiten, dann mache ich das hier fest. Dann kippt die Platte nur noch vor und zurück. Aber wer hat heute noch Holzdecken? Gabi. Gabi hat Holz und Holzdecken. Das Foto hatten wir schon mal. Oh, das jetzt ganz schnell raussuchen. Ne, finden wir nicht so schnell. Weiß nicht mal, in welcher Sendung das war. Das ist der Bodenwischer. Und in dem M-Paket sind halt 2 Fasern dabei. Und du darfst entscheiden, welche Fasern du möchtest. Ich zeige dir hier die Fasern, die ich verwendet habe. Die Grün-Kurzflur. Kennst du vielleicht von unserem Handschuh? Oder das kleine Duopad, was beim Zitronenbalsam dabei ist. Das ist immer die gleiche Faser. Die ist halt für raue Böden sehr gut. Und für stärkere Verschmutzungen. Also ich sage mal, spätestens wenn Kinder und Hund im Haus sind, braucht man die. 42 cm. Passt auf alle gängigen Bodenwischsysteme. Kommt, ist aber keiner so gut wie unserer. Definitiv. Und so langlebig. Und das ist die weiße, die ist auch mit dabei. Dirk blendet nochmal das Bild ein, weil, was ich gar nicht da habe, was aber in dem Set dabei ist, noch eine Bodenpflege. Das war zum Beispiel eben bei den Fotos der Wochen. Das erste Foto darf zum Beispiel auch für Laminat. Also Bodenpflege ist eigentlich für alles. In der kleinen 250ml Flasche. Ich habe jetzt in dem Fall aber mit dem Hochleistungsreiniger, Bodenintensivreiniger gearbeitet. Im Verhältnis von 1 bis zu einem Verhältnis. 1 zu 10 kann ich damit arbeiten. Das ist wie eine Lauge. Leute, das holt, wenn es noch einwirken lässt, den letzten Dreck aus den Fliesen raus. Und Alkali beständig. Genau. Darf auch in diese Automaten. Wie heißen sie denn? Wischautomaten. Da darf der auch mit rein, weil der nicht so schäumt. So. Und jetzt. Das ist das graue Du-Pad. Kennst Du vielleicht aus der Küche. Wenn Du schon eins hast, bestell Dir ein zweites. 1 zu Spat. 1 für die Küche. Vorsichtig, wenn Du an Silikonfugen kommst. Da bitte natürlich nicht rubbeln. Und auch nicht ohne Wasser. Trocken schon mal gar nicht. Immer mit Flüssigkeit. Und bei meinen Fugen, ich bin hier so drüber gegangen. Da brauchte ich gar keine Kraft. Die Mechanik durch das graue Pad. Sorgt schon dafür, dass der ganze Schmutz gelöst wird. Der Name muss halt nochmal runter. In dem Fall die Handbrause draufhalten und dann abziehen. Das war's schon. Mehr Brause nicht. Ergänze es gerne mit dem, was Du schon hast. Wenn Du also schon das Bodenset hast, ergänze es gegebenenfalls dann mit dem Duo-Pad. Länger würde ich jetzt bei uns im Flur brauchen. Das ist einfach mehr Fläche. So. Haben wir Fragen aus dem Chat? Ich bin an dieser Stelle durch. Es sei denn, wenn ich mich nochmal singen höre. Ich hab's schon mal gesungen. Vor Jahren, als das Lied rauskam von den Ärzten. Da hat der Dirk gesagt, Katrin, das geht grad viral. Jeder singt. Wie geht das Lied nochmal? Ist egal. Dann hab ich diese Sendung damit gestartet. Aber da lag die Zuschauerzahl so bei. Zwei, drei. Würde ich heute nicht mehr machen. Es gibt eine Frage von der Gabi. Kronleuchter. Ja. Ein Wortfrage. Kronleuchter, Fragezeichen. Kronleuchter. Ich hab gedacht, hat er nicht gefragt, als das Video gezeigt worden ist? Möglich. Ja. Der hat sich in der Scheibe gespiegelt. Aber nächste Woche, letzte Sendung, gibt es ja die Krönung. In der Karnevalsshow hast du auch gesungen. Das Metfröchen. Stimmt. War auch sehr lustig. Das singe ich heute auch noch sehr, sehr gerne, das Karnevalslied. Vielleicht irgendwann mal auf einer Bühne. Ich hab mir immer vorgestellt, das mal zu veröffentlichen. Mettbrötchen geht eigentlich immer. So, Kronleuchter. Ist nächste Woche, weil es ja die Krönung ist. Ich finde, das Jahr ist so geil gelaufen. Da kann, ist der Kronleuchter. Außerdem haben wir im Moment sehr gedämpftes Licht, wenn wir essen. Durch diese Glasschalen, die überhaupt alles andere als, kannst du mal eine, können wir nicht mal eine zeigen in die Kamera? Mach mal, dreh mal eine Birne raus und dann, pass auf, in der einen liegt, glaube ich, eine tote Fliege. Geht das so? Pass auf, ich höre meine Freundin, die jetzt sagt, die kannst du sowas zeigen. Ja, ist so. Ich war dieses Jahr woanders putzen. Okay. So sieht's aus. Ich geh jetzt mal mit dem Finger da rein. Da brauchst du kein Gemakko. Was? Nee, das hat man gesehen. Hat man's gesehen. Ekel. Es geht ja schnell. Ich hab einfach... Was ätzend ist, die hier haben wir alle einzeln da hängen. Und die abzumachen, das ist halt echt Arbeit. Das geht so. So, in das Becken. Also da werde ich definitiv schöne Vorher-Nachher-Videos haben. Ich kann noch den Boden wischen. Sie wollte wissen, ob er gereinigt ist. Ich glaube, das ist jetzt mal... Das nächste Woche. Nächste Woche. Nee, wir haben... Deswegen, es ist ja ruhig. Ich erwarte jetzt aber noch von dir Bestellungen. Oh, ganz wichtig noch. Total süß. Und... Hallo an dich da draußen, der du das Video danach anguckst. Und vielleicht das erste Mal und denkst, was quatscht dir eigentlich die ganze Zeit. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, darfst du gerne auf den Daumen nach oben drücken. Du supportest mich damit. Und das Video wird auch denen vorgeschlagen, die sich auch für Reinigungsprodukte interessieren. Ansonsten... Copy, paste. Schick's per WhatsApp gerne an Freunde. Die musst du dir mal angucken. Die erklärt dir, wie einfach das Putzen ist. Aber nur bis Minute 18, weil dann zeigt sie ihren Kronleuchter. Okay. Das Nummer eins. Weil über Weiterempfehlung funktioniert unser Geschäft. Und ich hab gestern mit der Olga telefoniert. Und sobald du das erste Mal bei mir im Online-Shop bestellst, bekommst du eine Bestellbestätigung, wo ich auch schon auffordere, dass ich dich anrufe. Also informiere. Wir telefonieren das erste Mal. Mich interessiert's. Kennst du die Produkte? Weiß ich ja nicht. Und was willst du putzen? Hast du auch die richtigen Sachen dafür überhaupt bestellt? Und es war so süß. Ich geh ans Telefon. Olga geht ran. Hier ist die Katrin. Hi. Oh, wie schön. Also ich kenn die Produkte schon. Die wusste direkt Bescheid. Wegen meiner Videos. Und das macht mich so glücklich. Es funktioniert. Es funktioniert über Siegburger Grenzen hinaus. Kommt aber doch gerne bis zum 23. zu uns. Denn unser Weihnachtsmarkt gehört zu den Top 8 schönsten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Laut RTL. Geil. Und ich wohne hier. Ich rieche ihn fast. Jetzt musst du auch sagen, warum der riecht. Ist ein mittelalterlicher Markt. Aber ich war ja in Köln gewesen. Geh mal in so einer Backfischbude vorbei. Ist auch nicht schön. Da will ich auch nicht den ganzen Tag drin stehen. Da riechst du wahrscheinlich vier Wochen lang nach Backfisch. Genug geredet. Ich bin am Ende für diesen Tag. Für heute, für den schönen Donnerstag. Na, hast du noch was? Du grinst aber nur. Ja, ist ein Witz. Wieso? Der Pascal weiß, wer flucht. Vom Auseinanderbauen vom Kuhleuchter. Ja. Das ist ein Scheiße. Oh, darf ich ja gar nicht sagen. Obwohl, um diese Uhrzeit gucken auch keine kleinen Kinder mehr zu. Nächste Woche Donnerstag halt die Krönung. Und wenn du noch was bestellen möchtest, online oder du schreibst mir nur WhatsApp, wie du sonst auch mit mir bestellt hast, bitte bis am 18. Weil Gemakko garantiert, dass bis zum 18. die Sendungen auch noch alle rausgehen. Dann liegt es in den Händen von DHL. Dem ist einfach so. Aber dann unterstellen wir mal, dass ich das in sechs Tagen hinkriege. Oder fünf Tagen. Aber ansonsten putzen wir im neuen Jahr weiter. Das sowieso. Ich freue mich. Ey, 24 wird so geil, ne? So geil. Ich sag's dir. Und nächste Woche. Schalt auf jeden Fall wieder ein, nächste Woche zu meiner Putzshow. Wenn ich's so mache, Dirk? Machst du wieder falsch rum? Mach ich wieder falsch rum. So rum? Kann ich mich einfach mal so drauflegen? Mach nochmal. Nächste Woche wieder einschalten um 21 Uhr. Die letzte Sendung. Heute war Jahresendspurt. Und nächste Woche gibt es dann die letzte Sendung für 2023. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit bis dahin. Bleib bitte gesund. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Putzen. Mach's gut. Die Kathrin. Tschüss.